Ein Bauer hat einen Esel. Der Esel hat keine Kraft mehr. Er ist sehr alt und kann die schweren Säcke nicht mehr schleppen. Darum will der Mann den Esel töten. Der Esel läuft weg. Er denkt, ich gehe nach Bremen. In Bremen werde ich Stadtmusikant. Er wandert eine Weile. Auf der Straße sieht er einen Jagdhund stehen. Der Hund ist sehr traurig. Er erzählt, ich bin alt und schwach und ich kann nicht mehr gut jagen. Mein Herr will mich totschlagen. Darum bin ich weggelaufen. Aber ich habe jetzt Angst. Was esse ich? Wo schlafe ich? Da sagt der Esel. Weißt du, ich gehe nach Bremen. Komm doch mit nach Bremen. Wir machen dort Musik. Ich spiele Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund ist sehr glücklich und geht gern mit dem Esel weiter. So gehen sie eine Weile und treffen eine Katze. Sie sitzt am Weg und macht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Warum bist du denn so traurig? Warum bist du denn so traurig? Fragt der Esel. Ich gehe nicht nach Hause zurück. Ich bin alt und langsam. Ich fange keine Mäuse. Ich sitze gern am Ofen. Die Bäuerin schimpft. Jetzt habe ich Angst. Wohin gehe ich? Was esse ich? Wo schlafe ich? Der Esel sagt, komm mit uns nach Bremen. Wir machen dort Musik. Der Esel, die Katze und der Hund wandern auf der Straße weiter. Sie kommen zu einem Bauernhof. Da sitzt auf dem Tor ein Hahn und schreit sehr laut. Der Esel fragt, warum schreist du so laut? Der Hahn sagt, die Bäuerin will mich schlachten und essen. Ich habe Angst. Der Esel sagt, schrei nicht. Komm mit uns nach Bremen. Deine Stimme ist gut. Du singst und wir machen Musik. Der Vorschlag gefällt dem Hahn und sie gehen zusammen nach Bremen. Sie erreichen Bremen an diesem Tag nicht mehr. Am Abend kommen sie in einen Wald. Es ist dunkel. Wo sollen sie schlafen? Sie sind auch hungrig. Plötzlich sehen die Tiere ein Licht. In der Nähe ist ein Haus. Die vier Tiere sind froh. Sie gehen zu dem Haus. Sie wollen dort schlafen. Der Esel sieht durch das Fenster. Der Esel sagt, im Haus ist ein Tisch mit schönem Essen und Trinken. Am Tisch sitzen Räuber. Sie essen und trinken. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn überlegen. Sie wollen die Räuber vertreiben. Sie haben eine Idee. Der Esel steht vor dem Fenster. Der Hund springt auf den Esel. Die Katze klettert auf den Hund. Der Hahn fiegt auf die Katze. Alle Tiere schreien laut. Sie stürzen durch das Fenster in das Zimmer. Die Räuber, die Fensterscheiben kehren. Die Räuber erschrecken sehr. Sie haben Angst und sie laufen aus dem Haus. Die Räuber verstecken sich im Wald. Die Tiere sind sehr froh. Sie essen und trinken. Dann wollen sie schlafen. Sie löschen das Licht und jeder sucht einen Platz. Der Esel schläft neben der Haustür auf einem Misthaufen. Der Hund schläft im Hausflur und die Katze auf dem Ofen in der Küche. Der Hahn schläft auf dem Dach. Es ist still. Das Licht ist aus. Ein Räuber geht zum Haus. Er bekommt einen Schreck und will durch die Tür hinaus. Aber der Hund beißt ihn in sein Bein. Der Räuber schreit und läuft hinaus, aber der Esel tritt den Räuber. Der Hahn ist nun auch wach und schreit laut vom Dach. Der Räuber hat sehr große Angst. Er läuft in den Wald zu den anderen Räubern. Er erzählt, in der Küche ist eine alte Hexe. Sie kratzt. Ein Mann mit einem Messer steht an der Tür. Er sticht mit dem Messer. Darum ist mein Bein verletzt. Ein Ungeheuer schlägt mit einer Holzkeule. Auf dem Dach sitzt ein anderes Ungeheuer. Das schreit laut. Es ist schrecklich in dem Haus. Auch die anderen Räuber fürchten sich. Sie gehen nicht in das Haus zurück. Esel, Hund, Katze und Hahn bleiben in dem Haus. Sie leben dort glücklich und zufrieden. Dach ist ein anderes Ungeheuer. Dach ist ein anderes Ungeheuer. Dach ist ein anderes Ungeheuer. Dach ist ein anderes Ungeheuer.